so weiter geht's hier mit SNS Play Dragon Shard ja das ist ein kleiner mich hier ich habe keine Abrissteile das ist auch nicht so schön äh fühle ich mich doch ein bisschen kacke ohne meine ganzen Abrissbirnen wenn ich neue Ausbildung dann haben sie das glaube ich immer noch dann drehe ich dich hier ab und baue dich hin ja aber das sind doch ein paar wenige ein paar die hier noch bleiben sollten Annator du kannst mitkommen wo ist Kai? also du die Typen hier du ah ich kann sogar noch einen bauen einen kann ich sogar noch bauen ähm du ein Käpt'n wurde verbessert ich bin bereit zu du ähm ja du kommst ja jetzt auch noch mit zwei Heiler das ist schon mal besser so lange die nur da unten rumstehen nix ach du kacke schwächig ist eure, dann willst du mich verarschen okay also sagen sie an wie viel Resistenz die gegen irgendwas haben das heißt die Bogenschützen wäre nicht eigentlich ganz praktisch nix folgen wir diesen ja wo bist du, Mittelmaschine abrissbirne, du kommst mit 75 Säure, ja das passt doch das heißt gegen die Echsen sind es die Barbaren und die Kriegsmaschinen am besten ich hab fast keine Lufteinheiten egal wird schon irgendwie klappen hab ich vorhin auch schon geschafft so ich mach jetzt mal zu viel ähm so immer eins fast tot immer zwei fast tot hoffe ich demnächst ernsthaft ey das Vieh da oben doch tot danke jetzt ist schon einer verreckt ey das gibt's nicht da mach ich mit der will noch ah hier ist ja die Basis wir werden Basis mehr machen ja ist mir egal dass sie angegriffen werden so ja mach da kaputt mach kaputt mach kaputt mach kaputt danke jetzt kann ich dich hier ach du Kacke die Krieger werden angegriffen so ja da so so ich mach bei dem Vieh fast kein Schaden ach so ach so und deshalb schwäche auf manischen Scheiben auch nicht die Krieger werden angegriffen ok 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 so 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 naja schade das hat jetzt ein bisschen zu lange gedauert das Teil von sie noch dem auch nicht schlecht gut nur eins ja die Kriegsmaschinen nochmal 5 von dir 5 von dir ähm und dann keine Ahnung muss ich noch gucken ja ihr könnt da unten ruhig ein bisschen dann noch rumtrabben ich muss dann aufpassen dass ich hier nicht angegriffen werde aber die da unten sind doch schon recht beschädigt also also ähm ja mit dem kann ich da eigentlich am besten hin wir hätten guten Schutz beispielsweise nehm ich nicht beispielsweise nehm ich nicht beispielsweise wollen wir noch zwei von dir jetzt muss ich noch warten bis die ja ich lasse ihn hier ab bauen dich hin da ist mal ab bauen dich hin ja es muss halt ein bisschen warten ich wandle im licht sind hier ungläubige nein wir beiden in der hoffen dass es jetzt funktioniert ähm so ja ich hoffe das ist jetzt nicht zu nah an denen ja dann weg 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 ja fuck you ernsthaft ja fuck you alter ja natürlich werden meine Krieger angegriffen was oh fuck you deine Krieger werden angegriffen ich weiß natürlich wenn wir den Krieger angegriffen werden verteidigt deine Krieger werden angegriffen so deine Krieger werden angegriffen ja so ist mir wurscht rüber und ja ihr könnt mich alle mal am Sackleck kennen da ist doch nicht dein Ernst Alter, ernsthaft Boah, nee, nicht dein Ernst Ähm, du 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 Wo ist Kai? Da Okay, ist mir gar nicht aufgefallen, was ich überlegt habe Ähm Ah, Mann Das kostet mich jetzt echt an Das ist alles, was mir jetzt üblich geblieben ist Das heißt, ich habe übelst verkackt einfach mal Ähm Vier von dir Ah, ja Machen wir zwei von dir Kommt es dann auch noch demnächst Ähm So, ihr Ja, das ist egal, wenn ich den mit Kriegsgeschwiedelten vollpumpelt Den Trupp, dann brauche ich die da auch nicht Das Problem ist Ja, es ist Zeit, das wir haben Dort werde ich gebraucht Nein, volles Zauber Ist eine eindrucksvolle Waffe Die Flamme ruft Ich werde gehen So So, so Ich bin die Stimme der Flamme So Ja Ja Ich weiß nicht, ob das passen wird Dann muss ich mich hier auch noch nicht hier Vor den Schützen, das ist ja, das ist echt scheiße So So Ähm Ja Ja, Karl, du kommt auch einfach mal mit So Laufen wir jetzt mal runter zu den Echsen, die sollen jetzt auch mal wissen, wie es ist, wenn ich die da angreife Ich bin die Stimme der Flamme So Rats Jetzt schön niederkloppen Ja, okay Ähm Weiter Einfach weiter So, und da sind noch mehr Ja Ja Das habe ich befürchtet Ja, wohin Läufst du Ernsthaft Ich muss mich gerade sagen, das ist in die falsche Richtung Ähm Ja Und zack So Und so Und so Und so Ja, komm schon Und ich habe das Gefühl, dass der jetzt weg ist Ja, weil Eins ist weg Deine Krieger werden angegriffen Und die habe ich schon welche Machen wir zwei von dir Kann ich sie nicht gleichzeitig machen, meine Frist Ja, blöd, ne? Da ist nichts Ja, ich muss mal runter Ja Ach ja, ach ja, das kann ja noch was werden. Er loskommt. Ja, ganz einfach, wenn du nur läufst. Puh, ja, ähm, man merkt, glaube ich, dass es läuft bis jetzt nicht so gut. Ich will jetzt endlich wirklich diese Exen hier weghaben, das ist doch unfassbar, die nerven einfach nur. Das ist ein schlimmer wie die Umbragen hier. Ich hoffe nur, ich werde jetzt nicht von den Umbragen angegriffen, wir sind es natürlich wirklich verkackt. So, mach mal. Ähm. Du bist weiter runter, du bist weiter runter, du bist weiter runter, du bist weiter runter. Du bist weiter runter, du kannst auch hierher. Oh. Oh, nix, da nix. Voll, gut. Aber halt nicht gut ist es. Äh, nee, Kyle, den lasse ich jetzt hier. Schick mich mitten ins Kampfgetell. Ich würde gerne tauschen, weil, ja, Siegel des Lichts und nicht Siegel des Lichts. um jetzt war ich noch bis der doch fällig ist nö nö geht nicht los tun so 4 ich muss dann jetzt wirklich aufpassen die jetzt nicht irgendwie von mir sind ich hoffe es mal alles ist das kotzt mich jetzt doch ein bisschen an weil ich keine ahnung habe ob die jetzt von der seite kommen oder nicht so so sind hier noch ein paar ach du so hier ist es jetzt einfach mal so ein all out battle auch nicht schlecht alle gegen die einfach mal alle gegen die echsen ist auch nicht schlecht einfach nur weil die echsen so scheiße sind sehe ich schon so keiner mag die echsen habe ich so das gefühl zack noch ein bisschen schaden dann kann ich so 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 ja 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 Den Krieger werden angegriffen. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Deine Krieger werden angegriffen. Ja, mit meinen Kriegern ist viel groß. Du, 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 du. Ja, ist mir egal, Rowan Ich will nur diese Echsen loswerden Ja, los Auf das Türmchen, auf das Türmchen Natürlich werden sie angegriffen, sie warten Er kann nicht erwarten, dass sie nicht angegriffen werden Bitte So 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 Und alles schön beschauen Ja, hau mir das Teilwerk, dann ist alles vorbei Los Ja, los Alles weg, alles weg Tralalalalala Tralalalalala Zack Und Zack Ah Ja, ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe, die Echsen jetzt wegzuhauen Die waren doch die nervigsten Das hier hieß, ja, die können Äh, Dings Beschütze die Gesiegel des Lichts, jawoll Ähm Ja Ja, hab ich Auch gemacht Können sich hier dann nicht neue Echsen ansehen Ah, ja, genau Das wollte ich Darauf hab ich gewartet So, hier, mach mal Ähm, soweit ich weiß, sind die, ja, glaub ich Haben die einen Vorteil gegen die Umbragen Sie sieht die aus, ja Was, sie haben eine Schwäche, ja, okay Ähm Kingmenü Ja, die haben das trotzdem, das macht nix Aha So Ja, ähm Es ist schon wieder ein Part vorbei Ähm Ja Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe, in diesem Part die Echsen niederzumachen Da die mich doch wirklich genervt haben Weil ich bei denen aufpassen musste Und Weil die ja sonst die Siegel klauen könnten alles Naja Ähm, jetzt hab ich nur noch die Umbragen Da muss ich nur noch die Siegel platzieren Und dann wär's das eigentlich Das heißt, als nächstes mach ich die Umbragen platt Und ich muss gucken Gegen wen waren die Umbragen jetzt effektiv Also welche Champion wäre jetzt gut gegen die Und welche Einheiten natürlich Ich glaub, die Einheiten ist klar Ähm, das waren Die Hexer und die Paladine, soweit ich weiß Ja, die Echsen waren's halt Die Geschmiedeten, die Bogenschützen und die Dings Die Dings, die Dings, die Dings, die Dings Die Dings, die Dings, die Dings, die Dings Die Dings, die Dings, die Dings Egal, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal